Gut, wir sind beim Endboss angelangt. Beim Endboss. Beim Endboss, Endboss, Endboss. Ja, genau, ich liebe Weintrauben. Habt ihr gewusst, dass Weintrauben die Haut schön macht? Gut. Krass, gut. Mario! Ach, stundenlang könnte ich mein wunderschönes Mario-Gemälde ansehen. Es ist wahr, was man über anspruchsvolle Kunst sagt. Man braucht ein feingeistiges Wesen, um sie weiter zu schätzen. Dieser hilflose Ausdruck in deinem Gesicht, Mario, der macht mich so zufrieden. Mag sein, dass mein bisheriges Erlebnis mit dir ein wenig zu dieser Sichtweise beitragen. Mal ganz ehrlich, wer ist schon so blöd und glaubt, dass vielen einfach so verlost werden? Ach, Willen. Oh, sorry. Man muss schon schön blöd sein. Und was hat man euch, Mario? Brüdern hat bloß in die Suppe getan. Eine ordentliche Portion Leichtglaubigkeit. Was? Mein Bruder hat den ganzen Weg her zurückgelegt, um einen Bild verewigt zu werden. Das ist wirklich großartig. Wie denn auch sei. Dieses Mario-Gemälde hängt so allein da, ich brauche unbedingt noch ein Luigi-Porträt. Dann erst ist mein Galerie komplett. Ich lache mich schreckig. Schneckig? Oh, haha, schreckig. Von dir habe ich keine Angst, Suppen-Caspar. Höchstens vor dem Schreckweg 0816. Denn du auf deinem Rücken trägst eine echt dämliche Erfindung. Aber ich bin der König der Bohus. Ich schwöre, niemals wäre ich gegenüber einem ordinären Haushaltsgericht klein geben. Ähm, wie du Wurpschleif-Surt-Lub-Schwupp-Schwupp-Mäßig meine ganzen treuen Freunde aufgesorgt hast. Und glaubst ja nicht, dass ich davon sauce. Ich werde mich dir entgegenstellen, wie es einem wahren Buhu angemessen ist. Komm und leiste deinen Bruder Gesellschaft auf diesem Bild. Uns werden jetzt zwei Könige gegen uns antreten. Nämlich der König der Buhus und König der Gumbas. König der Kupas. Auf jeden Fall habe ich nicht alle Leben voll. Ich habe gerade mal die Hälfte der Leben. Sehr schlecht. Sehr, sehr schlecht. Finale. Oh. Wie, ich werde es so erinnern, dass es auf 20 Parts geht. Lucia hat geile Haare, sag ich mal. Ich finde halt so 20 ist eine bessere Zahl als 17 oder 18 oder 21, 23. Ich versuche mal in den nächsten Projekten auch eher so aufs Gerade hinzubiegen. Entweder Schnaps zahlen oder Gerade zahlen. Mit Nullen am Ende. Gut, erst mal gucken, wie der Kampf so geht. Komm mal hier. Uiuiuiui. Puh. Ich kann nichts sehen. Oh, geht kaputt endlich. Gut. Hallo, 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 hallo. Oh Gott. Der hat mit Sonny abgezogen, der Sack. Gut, er ist mal weg. Ich weiß noch nicht, wie der Kampf geht. Und wir sind ja auf dem Dach, ne? Gell? Noch 20 Leben. Noch 10 Leben. Mein Gott, hab ich ein großes Herz. Ah, ja, ich sag mal. Der Kampf. Der Tod. Der war jetzt ein bisschen, ne? Äh, sag ich mal. Der war extra. So, wir gehen jetzt nochmal in den Keller rein. Wir sehen uns beim Kampf. It's an boss fight. It's the final countdown. Auf meinem Dach. Das passiert alles auf meinem Haus. Und guck doch mal, was für eine Arschbombe macht du. Gut, aber jetzt. Ein bisschen fight. Von dem können wir jetzt auch was. Was er für eine Mundhöhle hat. Habt ihr das gesehen? Das ist Feuertornados. Krass. Alter, der besiegt sogar Mutter Natur. Der kann das Feuer, äh, Wetter beanflussen. Gut, auf jeden Fall müssen wir dann sagen, ähm, dass das, äh, Fight-System eigentlich gar nicht so schwer ist, wenn man es so sieht. Ups. Ja, ähm, hehehe. Gut, es muss andersrum gehen. Erst wenn er den Mund aufmacht, dann muss man. Ähm, ja. Los schießen. Jau. Jetzt kommt er. Mann, geht das schnell. Oh, Mann. Aber schon, ich glaub, wenn er so weiter geht, dann brauchen wir nur noch vier Versuche. Jetzt. Komm, hier, 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 hier. Ah, ne, ah, der muss... Hm. Lass dich doch nicht verbrennen, Luigi. Man muss warten, bis der bläst. Ja, jetzt. Gut. Nein, nein, nein. Ah, knapp. Uh, der hat... Oh, guckt euch mal bose Augen an. Die machen mir Angst. Der muss sich mal rasieren. Alter, der hat ja einen Fokuhila. Der hat ja echt einen Fokuhila, Alter. Oh, lan, 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 lan. Okay, das war knapp. Uh. Man muss einfach nur laufen, wenn der bläst. Ach, Quatsch, wenn der springt. Dann muss man laufen. Gut. Okay, weniger als... Naan. Mann, ich darf mich nicht treffen lassen. Noch mehr treffen lassen. Darf mich gar nicht mehr treffen lassen? Nein, 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 nein. What the fuck? Mach ich alles kaputt? Voll der Exorcist. Voll der Dämonen besessen. Nein, jetzt hüpft er los, du. Knapp. Knapp. Puh. Ich hab grad Herzenfahrt. Tut mir leid. Ah, das geht auch mit... Ah, okay. Nein, nein, nein. Oh. Okay, gut. Ich hab nur noch sieben Leben. Sieben, ich kriege Leben. Oh, gut. Er hat einen Fukuhila. Natürlich schmeiße ich den Dach runter. Das Dach runter, sorry. Nein. Nein, 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 nein. Puh. 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 Oh, ho, 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 ho. Und jetzt? Knapp Herzrasen, Herzrasen Oh Nein Noch zwei Leben, was soll das? Was soll das? Hätte ich von Anfang an 100 Leben, was wäre das? Meine Fresse Wenn das mal nicht spannend ist Ich muss noch einmal treffen, Junge Oh Oh Oh! Oh-oh-oh-oh-oh! Yo! gut der Nio bei der Bühne und dort wo sind wir denn und mein Leben sagt alles aus über den Kampf zu Louis du hast es geschafft das ist wirklich außergewöhnlich mein Junge zwar stammt der Schreckweg aus meiner Entwicklung aber du hast dich bis ganz nach oben durchgekämpft mein Kleiner du hast mich so schnief schnief stolz schnäufst jetzt reizt zusammen verdammt wie bitte erst dass du König Bu gefunden und dann ist der ein Porträt von Bose hineingesprungen sagst du so 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 heiliger Bimber Geisterforschung mit äh du musst bedenken dass sich diese Karriere über 60 Jahre erstreckt nun ich erinnere mich noch gut an meine Anfänger als junger Spund brachte mich bereits der Gedanke an einen Geist zum Zittern zum Zittern und Entschuldigung bitte mir sausend viele Dinge von damals wie heute durch den Morschen schädlich könnte eine ganze Woche damit verbringen Geistergeschichten zu erzählen nun es bleibt doch eine Sache zu erledigen ganz genau ja gut Luigi schnapp dir deine Mütze damit meinte ich eine coole Socke da tragen Luigi und Mario eigentlich Socken das ist ja mal eine coole Frage Socken Sarg gut wir müssen mich in die alte Form bringen mit meine zwei winzigen Leben man kann die Herz dings gar nicht sehen das Herz weil er so winzig ist Das ist ja der Hammer, du hast in einer ganzen Nacht Alles erledigt, gut gemacht, Luigi Die von dem Buchus errichtete Villa ist im Dunkeln in der Nacht verschwunden Doch der Schatz ist offensichtlich zurückgeblieben Ich brauche solches Zeug nicht, behalte es von mir aus und mach damit, was du willst Gut, wir haben Geld von Meister Igitt bekommen Meister Igitt ist ein sehr netter Junge, ein sehr, sehr netter Ein wirklich sehr, sehr netter Gut, oh, ist das ein Riesenschädel Ah, gut, das sind die, äh, das ist Bowser und Boo Boo, also König Und ich habe seine Krone bekommen, bekomme ich dafür auch Geld Hm, mal gucken Die Reise ist unsichtbar, ne? Ah, gut, das habe ich schon oft erzählt bekommen Das müsste wirklich mal in den Markt, auf den Markt kommen Es wäre bestimmt ein Index, aber egal Wer ist das? Uh, das ist der Typ von den Urnen Das ist der, oh Gott, das, oh Gott Ich bekomme Albträume, das ist der grüne Boy Das ist, glaube ich, der Maler gewesen, aber keine Ahnung Das ist der Onkel Udo Das ist die Flotte Das ist der, äh, Eskimo Ja, das war, glaube ich, der Zeichner vorhin Gut, jetzt habe ich Bilder Und mal gucken, was ich jetzt für ein Geld bekomme Ne, der grüne war der Maler Gut, insgesamt 23 Geister Mal gucken, wie ich hier Geld Oi, 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 oi Oi, oi, oi Oh Was? Nur 5000 für diesen Großen? Was? Was? Gut, 50 Millionen ist, glaube ich, etwas wenig Hm Ich glaube, 50 Millionen ist wirklich etwas wenig Ich glaube, einen A-Rang der Villa bekomme ich jetzt nicht Vielleicht B? Ich weiß nicht genau Vielleicht aber auch C Es kann aber auch D sein Ich glaube, für Rang A braucht man das Doppelte Und das ist gerade Mario als Papier Vielleicht ist das die Geschichte Von Paper Mario Kann sein Kann sein Ist ja ganz schön Aber gut, mach jetzt René, Luigi Mario Uh, der steckt wohl was fest Oh, was ist denn da drin? Oh, ist mein Bruder Ho, ho Und der mit seinem fetten Oh, seht ihr die Beutel von Eiern? Der mit seinem fetten Arsch Der heult Gut, jetzt kommen die Credits Das war mein Rücken entspannt Producer Shigeru Miyamoto Und Takachu Tetsuka Gut, ich könnte mal erwähnen, was mir eigentlich gefallen hat Und meine Takachima Milch Tukai Yamaka Ähm, mein Fazit sagen Mein Fazit, das war ein cooles Spiel Kleines, gutes Spiel nebenbei Ein Spiel für mehrmals Ein Spiel für mehrmals Vielleicht nicht Obwohl, doch Mehrmals kann man das schon spielen Was das, ähm Das hat halt große Unterschiede zwischen den 3Ds von Mario Also, das hat erstmal ein ganz anderes Genre Du hast hier halt einen Typ, der was sammeln muss Du hast hier Luigi mit einem Staubsauger und andere, ganz andere Gegner Diesmal sind sie jetzt nicht so kleine Boohus Auf dem Weg, also auf dem Weg zwischen den Türen gab es zwar Gegner Aber die waren jetzt nicht so gefährlich, dass die einen töten können Und Ich denke, man hätte schon noch so andere Sachen einbauen können Wie zum Beispiel Das Leveln von dem Staubsauger Man hat zwar vieles von der Beta gesehen Wenn nicht, dann geht mal zu IGN Die haben vieles von der Beta Die haben da Keine Ahnung, gibt einfach mal Luigi Menschen Und nicht eins, sondern Beta Kommt da sehr viel von der Beta Das sind so halt Videos, die vor 5 Jahren Hochgeladen wurden Gut, mein Fazit Es ist ein sehr gutes Spiel Ich glaube, damit war das nur so eine Überraschung Wer das dann nicht von den Trailern kannte War völlig überrascht Mit der GameCube Ja, aber gleich sehen wir auch, wie unser Rang ist Also, wie wir gespielt haben Man könnte das natürlich auch noch im Wie soll ich sagen Im Spiegelmodus spielen, aber nein Ja, so endete also die Sache mit den Geistern Professor Egidt war völlig aus dem Häuschen Dass er seine Gebilde zurückgehalten hatte Mit Luigis Wert von den vollen Sachen Finanzierte er In mein eigenes, der richtiges, neues Haus Krass, wie ein B-Rang Was? Nur D Auch nur C Oh, ein sehr schönes Haus, aber nur D Tut mir leid, meine Freunde Das lag glaube ich am Schluss bei den Kugeln Von den Aber für 50 Millionen Golddinger Nur so ein kleines Mini-Haus Alter, es gibt so Villen, die kosten in Amerika Äh, grad mal 1 Million Die sind größer als die Scheiße Egal, das war's mit dem Let's Play Wir sehen uns Mh Ein anderes Mal Ähm Man könnte hier eigentlich nochmal Zur versteckten Villa Zur versteckten Villa und halt Das Ganze nochmal in falschem Modus spielen Dann wäre halt das hier alles Da Und so, ne Aber das wollen wir ja nicht What the fuck Oh, oh, oh Es fängt schon wieder an Es fängt schon wieder an Oh Oh Und damit sagt Luigi Tschüss Bitch